Boah, ein bisschen mein Kokain-Labor Was haben wir denn hier? Das ist Meth-Labor Kokain Wie ist das? Wie ist das? Der ist ja gar nicht mehr in dem Stream drin, ne? Nein, gerade nicht. Ich gucke auch schon die ganze Zeit, der noch drin ist Der einzige, der drin ist, bin ich Oh Oh! Oh Ihr seid 2-0 hinten Toh Aber habe ich mit gerechnet, dass ihr in Basel eine Packung kriegen werdet Oh, ihr seid nur noch Gruppendritter, das ist schlecht Oh, 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 oh Vorreiter 112.000 habe ich drin Oh, oh Oh, oh 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 Four Oh Oh Schau, das ist kein Nation-Loggen, doch. ich bin jetzt gerade fast gerade ausgefahren aber das wasser ist eh nicht wir sind wieder zweiter 311 schiebt bei interm eiland das rauskommen ist aber wieder schwer ich bin draußen ja ich bin hinten rausgefahren ich fahr jetzt mal wie die bullen die bullen sind auch einfach hier drüber gefahren so ich hab da mit mein spoiler hinten mitgenommen ich bin schon wieder hier drin ich bin ich bin ich bin hochklettern hier weiß ich arschbombe hey baby hau doch nicht ab du bist ja da ey die ist ja nackig gewesen die war nackig äh mal kurz nicht reingucken das soll ja nicht im stream bleiben der bullen marsch der 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 hier ist oh mein auto ist total schaden ich habe nur ein licht kaputt ja ich auch und lackierung ab ich sehe nur wie die mülltonne auf der straße liegen ich fahre mal da oben hin jetzt habe ich gar kein licht mehr das elektroauto ist schon flott ja aber ich finde es nicht schön das gefällt mir nicht hey ich war ein sonderangebot was tun wir jetzt weiß ich nicht ich auch nicht du hast ein labyrinth laufen hey warum habe ich einen bull am arsch nur weil ich hier oben drauf stehe was ist denn los bist du denn schon nur den bullen schießen ja anscheinend darfst du hier nicht rauf springen okay my friend i'll take care of the lspd leave it to me okay dann darfst du da halt nicht drauf okay dann darfst du da halt nicht drauf ja 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 was machen wir ich gehe jetzt mal eine runde durch schlaberin entweder ich verlaufe mich oder ich finde den ausgang was wollt ihr ihr polizisten alter ist schon wieder einen am arsch echt nicht weil ich gegen die wand gesprungen bin so ich gehe hier lang du musst den ausgang finden ja dann such du mal den ausgang ich suche meinen eigenen ausgang ach du scheiße ich habe aber den falschen du aus den geraden ja ich habe ihn er ist auch der falsche sackgasse ich sehe nur, dass vier fünf bullenautos hier hoch kommt wieder raus draußen draußen aufgefunden ich wollte gerade sagen, lauf da nicht hin wo? da! in wo du gerade rum rennst warum hast du alles kaputt? ich war das nicht wer war das denn sonst? weiß ich nicht du warst da, ich hab das auf dem stream gesehen ich hab gar nichts gemacht naja hab dein spiel gerade zurück gespult ich hab das nicht gesehen ich bin unschuldig, ich hab's nur angeguckt einmal das Bum gemacht ja ja ich hab doch gar nichts gemacht, was wollt ihr denn von mir? was machst du da? abkürzung du musst mal auf kreis drücken und dann mal fahren wie das aussieht ja weil du den fokus anhast ja ich weiß, ich fahr gerade so da wirst ja behindert so ich seh dich auch, wenn du hinter mir bist hier darf man mein auto reparieren hier darf man mein auto reparieren hallo ich möchte nicht mehr diesen scheiß modus danke hab ich die ausfahrt auch noch verpasst leh mein muka ich will jetzt ein anderes auto hey, ich wollte dir das gerade das auto nehmen ich hab die falsche taste gedrückt an der scheiße steht mein auto in der nähe tja ich kann jetzt nicht mehr mit sprengen ich kann jetzt nicht mehr mit sprengen ich bin auf dem clock was du willst? was du willst? was du willst? i'll get there as soon as i can i'll get there as soon as i can call for some wheels johnny on the spot i'll hook you up i'll ring it to you ja, wo ist mein auto? ja, jubel, fahre ich doch platt das ist nicht was heißt oh oh was ist das denn hier, unter mir hinsch没有 hey, w- warum rammt diese Huren so nicht? Ist mein Auto schon wieder kaputt? Ey, ist er abgehauen, der Bachsack da. Klar, hinten direkt wieder kaputt. Das Wipp ist hot. Das Wipp ist hot. Das Wipp ist hot. Danke, du. Boah, hast du Glück, dass ich keine Panzerfaustposition habe. Hey, jetzt kannst du mich auch noch. Okay. Wow. Okay. Idiot! Was ist das? Laut! Ja, mein Handy liegt da weiter weg, weil ich habe gerade geguckt, was... Ah man, ich würde so gerne dieses verfluchte Motorrad verkaufen. Ja, null Dollar. Ja, dann behalte ich es lieber. Ja, dann behalte ich es lieber. Samstag, du geile Sau, Sonntag, du geile Sau, Montag, du Arschloch. Ich mache den Stream aus. Du hast am Pissen draußen. Scheiß Regen, Scheiß. Scheiß Regen. 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 Mensch, hast keine anderen Hobbys außer deinen Reifen. Ich habe keine Ahnung was wir machen sollen. Ja, ich habe gleich kein Netz. Ich habe den Steam auch ausgemacht, ich lösche den gleich. Ey, das weiß Abi von dir. Ja. 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 Da hinten ist der gemein gefährliche, den können sie euch verhaften. Ja. 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 Ja, warte wohl, ich hole ihn. Ich hole ihn. Das ist ja schwer Kriminelle. Ja. 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 Du musst ja gar nicht weggehen. Alles klar, das ist scheiß Autofahrer. Ja, toll, fängst du auch noch fest. Ja. Ich freue mich, diese Spiele heute verpackt. Jo, direkt drei Sterne, Alter, was ist los? Ich verkauf das Auto, Alter, diese scheiß Bremse ist kacke. Das Auto wird gleich verkauft, ey. Täusch mich lieber ein anderes Auto. Ich mag das Auto. Tiri 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 Tiii. Huch, huch, huch. Ruff. Tiri 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 Tiii. Oh, oh, oh. Was ist los mit dir? Was ist los mit dem Typen? Wo läuft der denn hin? Ich krieg dich auch noch. Renn ruhig. Renn, Digger. Renn. Ich krieg... Du rennst wie eine Tunte. Ja, renn ruhig. Du meinst, ein Busch kann sich verstecken vor mir. Ich hau dich auf der Straße auch kaputt. Ja, renn ruhig. Ich bin immer noch kein Teil hier. Renn um dein Leben, schwatter Nigger. Alter, willst du ein Wettrennen mit mir machen? Irgendwie will ich dir helfen? Alter. Komm her. Komm her, du scheiß schwarzer Nigger. Nämlich bis Afrika jagen muss. Ah, da kommt der Krankenwagen. Oh nee. Hallo. Hallo. Heuer. Ein Stück nach, du scheiß schwarzer Nigger, ey. Verfluchter Flüchtlinge, Mattebiss. Äh, du hilfst keinem mehr. Wo ist dein Kollege? ich bin jetzt der neue arzt hat jemanden kranken angerufen ein kopf das wollte von mir ich bin der neue arzt hallo ich bin der neue komm jetzt öfters was wollte denn von mir ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Wie bist du denn? Im Haus Im Haus Im Haus Im Haus Oh du hast den du hast den du hast ihn du hast ihn du hast ihn Oh Gott. mal nicht stellen für neue porsche alle hat jemand krankenwagen gerufen Entschuldigung in die Klappse fahren bleiben wir stehen hallo hallo wo sind sie? sie gehören eingeliefert ich muss leider einliefern die geschlossene ne ich lasse halt meine playstation zuhause sonst muss ich Sonntag zuviel schleppen hm immer noch 2.0 da 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 dann haben wir denn da kommen wir zu erschrotten das Ding ja Junge keine Munition ha ha kacka hm hm scheiß mal auf Licht auf Scheibe ja ich brauche keiner ach und auch keiner ey solle Scheiße einfach in die Luft jagen boah verdammt Schütten hier im Spiel ja und draußen auch ja und draußen auch hey das denn noch hoch 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 hier passiert warum fack ich dir im Krankenwagen vorzustellen aber wer weiß was du da getan hast gar nix nein wie das Auto eben ja er kommt ja raus habe ich nix gemacht ja so geht es mal was ich mir für ein Auto gönne dann verkaufe ich einen und dann kaufe ich mir einen neuen das kostet der boah der kostet 1,8 Millionen alter wa Hals Maul Buller oah ja ach halt du Schnauzern ach du Schnauzern obwohl ich zwei Schüsse rei gerüpfel fangst ja 1,6 Millionen alter Boah, so teuer! Boah, die Alters teuer sind. Ah, hallo Audi. Drei Aufrufe, ja, löschen. Boah, der Truffer kostet immer noch 2,3 Millionen. Was gibt es denn unter Superautos? Schrottkarren. Superautos. Oh, Schrottkarren. Boah, Alter, das ist voll laut. Boah, Alter, das ist voll laut. Boah, die Schrottkarren. Das sind keine Schrottkarren, guck mal die Preise. Hier, 1,4. 1,8. Oh. Schönes Auto. Können wir? Ja, ja. Porsche? Gibt's nun. Porsche? Geh mal auf die Ebene Porsche. Da, da. Warte. Sehe noch den Porsche. Ja, genau den. Oh, ne, geht schon so hässlich. Ja, du musst ihn ja nicht unbedingt da tunen. Ungetuned. Getuned. 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 Der sieht geil aus, ja. Sieht schon lustig aus. Was, guck mal. So ist tief. So ist hoch. Ah, der ist fast eine Furious Auto. Hm. Du willst denken, das sind zwei verschiedene Autos. Ja. Viel Geld habe ich noch 1,9. mein Auto. Oh. Oh, ja. Der denn. Oh, ja. Ah. Das benutzt Gorilla doch als Drift-Auto. Ich weiß. Casino. Hier ist auch Casino-Auto. Elektro. Boah, wie sehe ich denn aus? Wie sehe ich denn aus? Tja. Überall Blut, in der Fresse, unterm Auge, auf dem T-Shirt. Was ist jetzt? Mal flott duschen gehen. Hier bin ich im Besprechungszimmer. Hier bin ich in meinem Bäumchen. So, guck mal da, meine ganzen Trophäen, ja? Wo ist der Lennox? Ja, die hast du gekauft und da reingestellt. Da ist der Lennox. Herr Rischer, Herr Rischer, habe ich die gekauft. Guck, habe ich da reingestellt, ich nehme einen Baum. Hier ist nix, da ne? Hier ist nix, da ne? Ah Junge, dann setze ich mal hier rein in den Pool. Ich muss mal kurz das Blut loswerden. Und da bin ich gerade auch. Ne, Friseur? Ach ja. Hier steht auch noch ne Trophäe. Habe ich da auch eine stehen? Ja, den Lennox. Ich hab da, ich hab da Ding und stehen. Zwei Delfine. Ja, hey. Ich hab da noch ne Trophäe. Du bist dann da, ich hab da gebeten. Ich hab da noch ne Trophäe. Ich hab da noch ne Trophäe, ich hab da noch ne Trophäe, ich hab da noch ne Trophäe. Du auch noch! Komm her, du waschlappen! Das ist eine Klitschko-Rechte. Die ist auch kaputt tot auf dem Boden. Geh mir dein Geld, ich muss Miete bezahlen. Zauner, eine Opa mit deinem scheiß billig Handy in der Hand. Wenn hier noch einer am Paus... Herr Werther! Du, oh, kriegst du auch von mir. Mach's auch einen scheiß Job. Oh, komm, wir holen. Lalalala, ich hab nix gemacht, alles gut. Nein! Boop-boop-boop-boop! Auüuuuiuiui! Hmm, geht nem Casino. Neust situation us. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.